Ein gebrauchter Renault Grand Scenic ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen beigen 5 Thüringen-Bendplatz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 74.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzseitung, Alufelgen, Navigationssystem, Dachrailing, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 150 PS auf ein 6-Gang-Automatikgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017